In diesem Video bearbeiten wir diesen Golf GT Spezial von einem Zuschauer von uns, und zwar in Kooperation mit Ebay und natürlich Mathis, gehen die ganze Sache an. Wir machen das Auto fit für die HU, das heißt, wir gehen die ganzen Mängel an. Wenn ihr da genaueres wissen wollt, schaut ihr bei Mathis vorbei, der hat ein erstes Video dazu gedreht. Da könnt ihr ganz genau sehen, was für Mängel wir an dem Fahrzeug haben und wir begeben uns jetzt als allererstes mal in dem Video hier an die Vorderachse. Kurze Zusammenfassung, was wir hier überhaupt jetzt vorhaben, und zwar ist es so, dass alle Achsmanschetten sind defekt, sind offen, dann haben wir Probleme bei den Querlenkerlagern, die müssen auch erneuert werden. Wir nutzen hier ausschließlich Ersatzteile von Ebay. Wir haben hier darauf geachtet, dass wir Ersatzteile nutzen in originaler Ausrüsterqualität, damit wir auch was Vernünftiges verbauen. Jetzt zeigt euch Nino, wie man vier Mängel beseitigt. Oh Mann! Oh Mann! Ich glaube, ich habe den Drehmomentschlüssel durchgezogen. Kaffee! Kannst du mir ein Gefallen tun? Ja! Kannst du mir irgendwas geben, Wäscheleine, Draht, irgendwas, womit ich den Achschenkel hier quasi hochhängen kann? Jetzt zeige ich euch nochmal genau, worum es geht, und zwar ist das hier die Antriebswelle und das sind die Achsmanschetten, beziehungsweise eine Achsmanschette auf der Seite der Radnarbe und auf der anderen Seite vom Getriebe ist ebenfalls noch eine Achsmanschette und die beiden Seiten sind, glaube ich, sogar beide durch und auf der linken Seite des Fahrzeuges ist nur eine durch. Wir werden jetzt nicht nur die Achsmanschetten lösen, sondern wir tauschen komplett die ganze Antriebswelle, aber das zeige ich euch gleich nochmal. Der wirklich zylindrisch ist. Was habe ich mir hier jetzt genau gebaut? Und zwar ist das ein Werkzeug, um die Spurstange auszubauen, denn auch an der Spurstange ist die Manschette defekt. So können wir auch direkt den Spurstangenkopf ersetzen und tauschen auch hier direkt die komplette Spurstange. Auch das findet ihr natürlich alles bei Ebay, genauso wie dieses Werkzeug, was ich mir hier jetzt selber gebaut habe. Wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, dann gibt es dieses Werkzeug schon fertig bei Ebay zu kaufen. War das wirklich, oder? Das könnte gewesen sein, ja. Hilfe! Festgefahren wird. Der Spurstange ist ja auch noch hier vorne drin. Achso, dann machen wir raus, ey. Ja, ich weiß nicht, wo dein Trendkabel ist. Achso, ja, drin ist du gerade von oben weggegangen. Thermoshock. Thermoshock! Das ist ja zu wild. Da ist das Ding, ey. Und das ist das Teil, was wir gerade nicht abbekommen. Der Spurstangekopf sitzt fest. Den müssen wir uns jetzt mal auf die Werkbank holen und mal ordentlich drauf rumprügeln. Wir haben das auch schon heiß gemacht, verschiedene Abzieher versucht. Dino, ich habe einen Vorschlag. Hammer! Let's go! Und das ist die Manschette, die wir eigentlich nur austauschen müssten. Okay, ist das für dich? Ja, wenn es abrutscht, dann muss ich nur sehen, was dann passiert, aber... So kann man es machen. Ja, gut. Da ist das Ding. Ganz schön massives Paket, was hier von Ebay gekommen ist. Und wir haben uns jetzt hier für Antriebszeilen von SKF entschlossen. Und natürlich nur Qualität an das Auto von Alexander ranschrauben. Und wir liefern natürlich hier auch nur Qualität. Schauen wir mal. Ja, SKF. Das sind jetzt tatsächlich beide Seiten. Irgendwie sind an der Vorderachse alle Gummis ziemlich kaputt. Das ist wahrscheinlich deshalb so, weil die alle aus demselben Zeitalter kommen und alle ganz schön ermüdet sind vom Material her. Deswegen, wie gesagt, Achsehandschetten, das ist alles neu. Und da die Ersatzteile, die ja bei Ebay ganz schön günstig sind, tauschen wir auch direkt die ganze Achse. Das ist dann echt auch deutlich weniger Arbeit, als hier neue Achsehandschetten draufzuziehen. Da braucht man zum Teil auch Spezialwerkzeug beziehungsweise muss dann das ganze Gelenk hier auseinanderbauen. Und da hatten wir beide jetzt nicht so eine Riesenlust drauf. Deshalb hier die neue Achse. Sieht gut aus. Schriekes Teil. Ja. Auch beim Querlenker haben wir uns entschieden, den kompletten Querlenker neu zu nehmen. Da sind hier jetzt zwar nur die Lager ausgeschlagen, aber wir haben in dem Fall auch noch mehr Lager hier drin. Und hier vorne das Traggelenk. Das ist auch direkt noch dabei. Ich finde es. Das Ganze ist jetzt ein Set mit allem drum und dran. Auch die Koppelschangen sind jetzt dabei. Und wie erwähnt, auch die Traggelenke für unten sind dementsprechend dabei. Und das Ganze für rechts und links komplett. Nice. Nachdem ich nun die Antriebswelle innen schon am Getriebe befestigt habe, kommt jetzt ein sehr wichtiger Schritt. Und zwar möchte ich ja jetzt alles wieder verbauen. Natürlich hier auch nur Neuteile. Und da ist es jetzt ganz wichtig, dass ihr die Schrauben alle mit dem richtigen Drehmoment ansteht. Diese ganzen Werte findet ihr auf jeden Fall überall im Netz. Das könnt ihr ganz leicht rausfinden. Ich werde das jetzt hier mal machen und zeige euch, wie ich das Ganze einbaue. Als erstes drücke ich hier den Bremskolben zurück. Einfach, weil ich noch ohne Ende Platz habe. Immer gut abhängen das Ganze, damit ihr die Bremsleitung nicht beschädigt. Ich mache das jetzt mit einer ganz normalen Schraubzwinge. Passt da ein bisschen auf. Hinteren Bremsen müssen zum Beispiel auch mit einem speziellen Werkzeug zurückgedrückt werden. Aber das Ganze findet ihr meistens irgendwo im Netz. Wie genau das funktioniert, hier reicht es auf jeden Fall. Einfach den Bremskolben zurückzudrücken. Ein weiterer Tipp von mir, gerade wenn ihr so viel ausgebaut habt, schaut, welches Teil ihr zuerst einbaut. Ich habe jetzt die Antriebswelle ja als allererstes eingebaut. Jetzt habe ich den Querlenker verbaut, weil ich dafür einfach reichlich Platz hatte. Und ich baue mich jetzt quasi von innen nach außen hin. Und auch zum Querlenker noch mal eine kleine Information. Wir haben die Schraube hier hinten komplett erneuert, weil die alten ein bisschen rostig waren und auch ziemlich schwer rausgingen. Diese Schraube wird noch nicht angezogen. Die wird erst in dem Moment angezogen, wo ihr das Fahrzeug ablasst. Zudem habe ich beim Set des Querlenkers ja schon gesagt, wir haben auch hier die Koppelstange erneuert, wo der Stubby drin sitzt. Das habe ich jetzt auch alles schon mal befestigt. Jetzt habe ich alles so wieder zusammengebaut. Alle Schrauben sind jetzt nur handfest angezogen, wenn überhaupt. Und jetzt nehmen wir uns den Drehmomentschlüssel zur Hand und werden alle Schrauben mit dem richtigen Drehmoment festziehen. Ganz nach dem Motto, läuft nicht, gibt es nicht, haben wir jetzt hier quasi eine neue Achse, wenn man es so sagen will. Natürlich nicht alles neu, aber sehr, sehr viel neu. Und so werden wir garantiert kein Problem haben mit der Hauptuntersuchung. Jetzt sind gerade die letzten Teile für die Vorderachse gekommen. Und zwar, habt ihr das ja gesehen, wir haben die Spurstangen ordentlich rausprügeln müssen. Und die sind jetzt hier in dem Paket drin. Wir haben hier einmal für links und rechts die Spurstangen mit Spurstangenköpfen. Die Manschetten natürlich neu, um die es eigentlich nur ging. Gleichlaufgelenkfett. Genau, das müssen wir hier quasi in die Manschetten mit reinmachen, beziehungsweise natürlich um die Gelenke rum. Geht, das ging so. Oh, ne, geht ernst. Ja, jetzt muss die Schelle da drauf. Das ist wirklich, also... Einige Mängel auf unserer Mängelliste sind an der Hinterachse zu finden. Und zwar haben wir sechs Mängel, die in irgendeiner Form mit der Bremse zu tun haben. Und das werden wir jetzt beheben. Mathis kann mir nochmal ganz kurz zeigen, was wir hier jetzt alles so vor uns liegen haben. Genau, weil es ja einige Mängel sind, werden wir direkt einfach einmal alles neu machen. Das Problem ist, dass die rechte Bremsscheibe ein bisschen verölt war. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, wo das herkommt, ob das jetzt Fett ist oder ob das Bremslösigkeit ist. Und der Prüfer meint, Radnabe Fett austritt. Deshalb machen wir tatsächlich auch gleich die Radlage einmal neu. Und hier haben wir jetzt Bremsscheiben, Bremssatzhalter, die Bremszettel kommen auch noch, die sind nicht da. Und eine Bremsleitung war tatsächlich geknickt. Beziehungsweise auch verrostet. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass ihr bei Ebay immer die Bremsleitungen schon fertig gebürtet bekommt. Und in den Längen, wie ihr sie braucht. Und für den Golf 2 gibt es sie tatsächlich sogar als Set fertig gebürtet. Und in allen Längen. Das sind jetzt tatsächlich alle Bremsleitungen. Wir haben hier jetzt einfach bestellt, weil es ein ziemlich günstiges Angebot war. Und wir werden jetzt einfach nur die verwenden, die wir brauchen. Und den Rest dann einfach dem guten Alex mitgeben. Der wird ihr bei Zeiten dann bestimmt auch noch verwenden können. Und zu guter Letzt, wenn wir die Bremsleitungen lösen, müssen wir das ganze System natürlich auch entlüften. Dafür haben wir hier so ein bremsenden Lüftungsgerät. Da kriegen wir dann die Luft schön aus den Leitungen wieder raus. Die ganzen Mängel, die auf der Mängelliste draufstehen, haben einfach damit zu tun, dass das Auto nicht so abbremst, wie es abbremsen soll. Wir haben hier ein bisschen Öl oder irgendwelches Zeug auf der Bremsscheibe. Und da werden wir jetzt einfach auch komplett die ganze Bremsanlage tauschen. Das heißt, wir werden die Bremsscheibe tauschen. Das bedeutet auch, dass wir das Radlager neu machen werden. Und wir werden auch die Bremssättel, Belege, alles komplett neu machen. Wir fangen hier damit an, die Staubkappe abzuschlagen. Das könnt ihr mit so einem Meißel machen und mit einem Hammer. Hier findet ihr hinter der Staubkappe dann so einen kleinen Splint. Den müsst ihr erst mal aufbiegen und dann könnt ihr den relativ gut rausschlagen oder rausziehen, wie es euch besser passt. Wenn wir die Staubkappe abgebaut haben, die Mutter gelöst haben, können wir uns an den Bremssattel machen. Die Reihenfolge könnt ihr euch natürlich selber überlegen, wie ihr das machen wollt. Alter, ey, die sind richtig versüfft, ne? Hä? Alter! Die sind richtig versüfft. Wow! Boah, richtig festge... Oha! Und weißt du, wo das herkommt? Woher? Das kommt aus dem Bremskolben. Oha! Das ist ja richtig gut, dass wir den Sattel mal machen. Der Bremskolben sieht neu aus. Der wurde neu gemacht. Nur der Kolben gibt ja so Reparatursätze, weißt du? Und das wurde nicht richtig gemacht. Und ich vermute, dass das falsch wird. Weil, guck mal, ist das... Krass! Heftig, ey! Hm. Okay! Alter, alles richtig gemacht, Nino, dass wir hier alles neu machen. Ja. Sobald ihr den Bremssattel abgeschraubt habt, habt ihr im hinteren Bereich noch zwei Schrauben, die habe ich jetzt hier schon gelöst, von dem Bremssattelhalter und könnt den dann einfach rausnehmen. Jetzt ist die Bremsscheibe freigelegt und wir können diese nach vorne rausziehen mit den Radlagern und allem drum und dran. Das ist jetzt die alte Bremsscheibe und beim Golf 2 ist es, ich glaube, eine Besonderheit tatsächlich, dass die Radlager in der Bremsscheibe verbaut sind, auch die Lagerschalen, und die müssen wir jetzt neu einpressen. Hier ist die neue Bremsscheibe. Wir hatten ja auch ganz schön heftig Fett oder beziehungsweise Öl auf der Bremsscheibe und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass hier diese Dichtung neu mitgetauscht wird. Tatsächlich hat sich aber herausgestellt, dass es gar kein Öl aus der Radnabe war, sondern tatsächlich Bremsflüssigkeit. Das haben wir auch schon vermutet gehabt, deswegen haben wir auch schon neue Bremssättel da. Die kommen jetzt gerade auch ran, Nino ist da schon am Schrauben. Und ich mache währenddessen mal hier jetzt das neue Radlager rein. Das wird sie schon ein. Das hier ist die alte Lagerschale. Damit drücke ich jetzt hier dagegen. So, jetzt muss das Radlager gefettet werden und dann wird es hier eingesetzt und dann kommt hier die Dichtung drauf und auf der anderen Seite kommt dann später eine Staubschutzkatbille drauf. Gut. Hinten rechts wurde auch die Bremsleitung bemängelt und die haben wir jetzt mit Mühe und Not rausgekriegt. Mit dem Schweißgerät von Mathis haben wir das natürlich alles wieder hingekriegt. Die Überwurfmutter hier, diese Verbindungen haben sich nicht lösen lassen, aber wir haben es irgendwie hingekriegt. Jetzt haben wir das mal gerade gebogen, damit wir auch sehen können, welche Bremsleitung die richtige Länge hat. Ich habe es bei der vorderen Achse schon angesprochen und zwar haben wir jetzt hier hinten zwar einen neuen Bremssattel, aber hier scheint der Kolben nicht ganz zurückgedrückt zu sein, weil das nicht auf die neuen Bremsbeläge passt. Dafür gibt es jetzt dieses spezielle Werkzeug hier. Das setzt ihr an und könnt quasi Druck und Drehung gleichzeitig ausüben. Der Bremssattel ist befestigt mit den neuen Belegen drin. Hinten haben wir das Handbremsseil eingeführt und der Bremsschlauch, die Bremsleitungen sind befestigt. Im letzten Schritt müssen wir natürlich das ganze System jetzt noch entlüften. Somit haben wir jetzt alle technischen Mängel behoben, ob es den Prüfer zufrieden stellt. Das seht ihr im letzten Video bei Mathis auf dem Kanal. Da schaut ihr dann einfach mal nächste Woche vorbei. Denn da hoffen wir, dass wir den Prüfstempel bekommen und dann Alexander zufrieden das Auto wieder übergeben können. Genau, es gibt noch einiges zu tun. Vorne rechts das Rathaus, einige optische Sachen. Das seht ihr dann aber wieder im Video auf meinem Kanal. Also hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen.